Und ich habe schon wieder das Gefühl, dass wir hier irgendwann nicht mehr weiterkommen. Eigene Ästhetik, oder? Und damit Hallo zu einem neuen Video. Im Hintergrund seht ihr noch meinen Geburtstagsblumenstrauß. Ich hatte ja letzte Woche Geburtstag. Vielen Dank an alle, die mir Glückwünsche gesendet haben. Total lieb von euch. Und ich hatte ja für meinen Geburtstag für uns alle Urlaub gebucht. Nicht an dem gleichen Tag, da habe ich leider nichts mehr bekommen. Aber dafür eine Woche später. Und das war eben genau letztes Wochenende. Eigentlich war der Plan, mit der ganzen Familie zu verreisen. Leider kam alles ganz anders, denn Daniel ist super kurzfristig krank geworden. Nämlich genau drei Tage vorher. Und dann hatte ich einfach gar keine Möglichkeit mehr, die Reise zu stornieren. Und habe mich dann dafür entschieden, mit meiner Tochter und Bruno allein dort hinzufahren. Ich wollte aufgrund meiner drei Monate alten Tochter nicht allzu weit verreisen. Deswegen sind wir hier im wunderschönen Harz geblieben. Und ich habe vor genau drei Jahren mit Bruno dort schon mal einen kleinen Urlaub verbracht. Und diesen Bungalow in der Nähe von Blankenburg hatte ich jetzt nochmal für drei Nächte gebucht. Das war natürlich super spannend für mich. Also zum einen alleine mit Baby und Hund zu verreisen. Dann wollte ich wandern gehen. Mal schauen, wie das wird. Und sie war eben auch in einer fremden Umgebung. Aber ich muss euch sagen, ihr wisst es, unsere Tochter ist super. Es hat mal wieder ganz, ganz toll gekloppt. Wir haben schöne Nachmittage und Abende verbracht. Wir waren sogar einmal bummeln mit der Trage. Das war auch richtig cool. Aber und ansonsten waren wir viel spazieren. Denn zum Wandern, zum richtigen Wandern ist es leider nicht gekommen. Zwei Wanderversuche habe ich aber gestartet. Und hier an Tag 1 sah das Ganze auch noch recht idyllisch aus, oder? Dem wurde schnell ein Jehesende bereitet. Okay, hier komme ich nicht vorbei. Ich habe gerade geguckt, ob ich hier links irgendwo langkomme. Auch nicht mit Baby. Das ist mir jetzt so gefährlich. Ich drehe um und suche mir einen anderen Weg. Und das ist ein bisschen ärgerlich, weil ich jetzt fast oben am Gipfel angekommen bin. Und es klang, glaube ich, ein bisschen entspannter gewesen wäre. Ich bin dann umgedreht und hatte zumindest gehofft, dass wir an Tag 2 etwas mehr Glück haben. Und dieser Tag begann mit einem steilen Anstieg. Man sieht es, glaube ich, nicht. Aber es ist sehr steil, wie man vielleicht meinem Atem auch entnehmen kann. Ich bin die Strecke ja schon mal vor drei Jahren gelaufen. Ich glaube, so weit war das nicht. Aber es war auch schon anstrengend ohne Baby. Gucken wir mal. Ach, wenn ich es nicht schaffe, ist auch nicht so schlimm. Aber ja, schon schön. Geht das hier schon wieder los? Aber da komme ich rüber. Na los, Boni. Zwischendurch kamen noch ein paar Unwägsamkeiten. Das setzt dem hier noch die Krone auf. Ey, das ist ein offizieller Wanderweg hier. Ich will es nur gesagt haben. Ja. Auf allen Vieren bin ich jetzt da durchgekrochen. Und ich habe schon wieder das Gefühl, dass wir hier irgendwann nicht mehr weiterkommen. Aber so wie es aussieht, sind wir schon oben am Gipfel angekommen. Das war ja simpel. Jetzt sind die Wege auch noch kaputt gefahren. Man kann sich gar nicht entscheiden, ob man lieber hier läuft, in der Fahrspur, oder in der Mitte. Das ist beides unangenehm. Ja, der Borkenkäfer, der Sturm der letzten Wochen und Fellarbeiten haben der Umgebung leider sehr zugesetzt. Und na, so ist nicht so richtig Wanderlaune aufgekommen. Und ich bin wieder zurückgelaufen. Und dann habe ich mich noch dazu entschieden, einen Tag früher zu fahren. Denn eigentlich wäre Checkout am Montag um 10 Uhr gewesen. Das war mir mit Baby aber einfach nichts. Weil das manchmal einfach ein bisschen länger dauert und man das nicht so richtig einschätzen kann. Und deswegen habe ich mich einfach abends ready gemacht. Und wir waren dann um 8 hier wieder zu Hause. Ja, und auch wenn dieser Kurztrip jetzt nicht so super erholsam für mich war. Denn ich glaube, mit Kind und Hund wird das einfach nichts mehr, oder? Da ist Urlaub erstmal nicht wirklich ein Urlaub. Aber egal, Hauptsache die Kinder sind glücklich. Natürlich war es trotzdem eine super coole Erfahrung und hat mir nochmal mehr Sicherheit und Routine gegeben. Dass ich weiß, egal was wir angehen, das klappt schon. Wir kriegen das schon gewuppt und wir sind jetzt mittlerweile ein ganz gutes Team geworden, denke ich mal. Dann habt ihr in ein paar Aufnahmen vielleicht schon gesehen, dass ich endlich wieder Jeans tragen kann. Ich zeige euch mal meine neuen Lieblingsteile. Und zwar sind das diese hier und die sind alle von Armed Angels. Und ja, ich habe auch einen Rabattcode für euch mit dem Code IKAROS-15. Spart ihr 15% auf die ganze Kollektion. Und dieses Video ist Teil der Detox-Denim-Kampagne von Armed Angels. Und hier geht es darum, dass Jeans unter innovativen Verfahren hergestellt werden. Denn wusstet ihr, dass normalerweise die Herstellung so einer Jeans mit das schmutzigste Verfahren in der ohnehin schon super schmutzigen Modeindustrie ist? Und ich hatte dafür, das glaube ich schon ein paar Jahre her, mal eine Doku gesehen und war total schockiert, was hier Menschen und Umwelt angetan wird. Und mit Detox-Denim setzt Armed Angels auf schonende Verfahren und verabschiedet sich von Giftstoffen, Chlor, Pestiziden und sonstigen unnötigen Chemikalien. Und für mich als frischgebackene Mama, die ihr Baby in 24-7 an sich trägt, ist die Schadstofffreiheit meiner Kleidung natürlich enorm wichtig. Und umso mehr freue ich mich über meine neue Mom-Jeans. Und falls sie euch auch gefällt, das Modell heißt Maira. Und vielleicht kennt ihr das von neuen Jeans, dass man sie fünfmal waschen muss, bevor man sie anzieht, weil sie so unangenehm riechen. Das hatte ich bei der Jeans von Armed Angels überhaupt nicht. Und dazu habe ich diesen Oversized Pullover aus Bio-Baumwolle kombiniert. Sehr, sehr bequem, sehr soft und weich. Und der heißt Nuriela. In der Videobeschreibung habe ich euch den Shop als auch die einzelnen Produkte nochmal verlinkt. Und vergesst unbedingt nicht den Code ICORUS15. Viel Spaß beim Shoppen. Der nächste Tag. Ich war gestern noch sehr fleißig und habe Bestellungen abgearbeitet. Durch viel Arbeit nebenher und auch den Urlaub ist das so ein bisschen liegen geblieben. Da hat es sich ein bisschen getürmt. Das habe ich gestern aber gut abgearbeitet, sodass der Shop fast auf grün ist. Die, die ich gestern Abend jetzt noch nicht verpackt habe, hängen hier noch. Die muss ich noch verpacken und dann werden sie verschickt. Das mache ich aber gleich. Und es ist eine neue Farbe im Shop. Wenn ihr das Video seht, müsste sie eigentlich schon im Shop sein. So ein Aquapetrol. Hier fehlt noch die Takelung. Aber dann haben wir eine neue coole Farbe, denke ich mal. Aber bevor es losgeht, muss ich erstmal meinem neuen Laster nachgehen. Dann schaut mal, was angekommen ist. Mein neues Geschirr und auch die Tassen sind da. Und da mache ich mir jetzt erstmal einen Tee. Und zwar den gesündesten, den man sich vorstellen kann. Ich hatte so mega Lust auf diesen Tee. Den habe ich früher als Kind immer getrunken. Und kennt ihr das, wenn ihr irgendwas kauft, was ihr früher total toll fandet und das heute nicht mehr schmeckt? Und man sich fragt, na, haben die da in der Rezeptur nicht rumgedreht? Bei Capri-Sonnen ging mir das letztens nämlich so. Die schmeckt nämlich total gesund und überhaupt nicht süß. Und bei dem wird man aber nicht enttäuscht. Der schmeckt wirklich eins zu eins wie früher. Sehr süß. Sehr lecker. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, ob ihr das früher auch Krümeltee oder Würmchentee genannt habt. Einer hat er mir bei Instagram auch geschrieben, die haben das früher Fischfuttertee genannt. Ja, hat auf jeden Fall Ähnlichkeit damit. So, da kommen jetzt natürlich opulent sechs Löffel jetzt da in die Tasse rein. Also gehäufte Löffel, ist klar, ne? Ach, eine große Tasse. Sieben. So, eine Sache, die ich glaube, ich jetzt noch mal vorziehe, ist diese Gewürzgläser zu füllen und zu beschriften, die ich bestellt habe. Da haben wir nämlich noch ein bisschen Bedarf gehabt. Denn hier oben ist ja schon ein Gewürzregal, aber für manche Gewürze sind mir diese Gefäße hier zu klein und wir haben einfach zu wenig. Ich glaube, das mache ich noch mal schnell. Und zum Beschriften habe ich mir ja schon vor Ewigkeiten so ein Etikettiergerät bestellt. Ist wirklich Gold wert, wenn ihr sowas öfter braucht. Ich verlinke euch das Gerät und die Dosen mal in der Videobeschreibung. Hier kann man drehen, bis der Buchstabe oder eben das Leerzeichen erscheint, was man braucht. Und dann drückt man relativ kräftig und dann wird das in so ein schwarzes Papier reingestanzt. Ja, gerade Oregano, Thymian und Majoran benutzen wir sehr, sehr viel und sehr cool. So eine 15-Gramm-Packung passt genau in so ein Gläschen rein. So, ich habe es geschafft und es ist einfach so schön. Ich finde, Gewürze haben schon ihre eigene Ästhetik, oder? Und vor allen Dingen in so Gläsern machen sie noch mal richtig was her. So sehe ich auch sofort, was ich wieder nachkaufen muss. Ich denke mal, bei Curry und Zimt werde ich mal wieder nachlegen müssen. Ich habe mich mal kurz in Schale geschmissen, denn ich wollte euch noch mal kurz zeigen, was bei uns gerade im Garten los ist. Wer uns auf Instagram folgt, der hat, glaube ich, schon gesehen, dass ich vor ein paar Tagen ein bisschen verwundert war. Ich komme hier so gerade zum Fenster und schaue so in unseren wunderschönen Garten. Und was erblicke ich da? Was hat denn Daniel da gebuddelt? So sah das doch vorhin noch nicht aus. Ich habe euch ja gefragt, was ihr meint, was Daniel da so vorhat und habe super lustige Antworten von euch erhalten. Wenn ihr das verpasst habt, dann schaut mal bei Instagram vorbei, da gibt es nämlich ein Highlight dazu. Deswegen, wenn euch sowas interessiert, dann lohnt es sich, uns auf Instagram zu folgen. Da habe ich auch ein bisschen mehr aus unserem Urlaub gepostet. Und jetzt gibt es natürlich noch die Auflösung, was Daniel hier vorhat. Erstmal hat er natürlich dieses Loch zugemacht. Sehr cool. Es ging jetzt ja richtig, Floddy, ich hätte gar nicht gedacht, dass du so viel Material findest. Und das, was er dort angefangen hat, das wird ein neues Beet. Und Daniel hat jetzt vor, zumindest das Pampasgras rauszuholen und den Wasserdost. Der steht hier in einer Reihe. Dass man hier im Garten endlich mal ein paar Sichtachsen hinmacht. Und dadurch, dass wir jetzt alles gefällt und weggemacht haben, sieht es nicht mehr ganz so schön aus. Und fange jetzt auch langsam an, erste Wege, Büsche und noch mehr Beete zu planen. So, zurück in der Werkstatt. Und jetzt geht es ans Verpacken. Aber vorher muss ich erstmal ein bisschen was vorbereiten. Denn an meine Produkte kommt ja jeweils so ein Tag. Und ich schicke pro Bestellung auch immer so eine kleine Leckerli-Box mit. Und die versuche ich immer gebündelt vorzubereiten. Hier liegen jetzt die Tags. Die werden bestempelt. Und auch diese Leckerli-Boxen werden bestempelt, befüllt. Und dann noch mit so einem Paketband entwickelt. Dann habe ich wieder einen schönen Stapel. Und die kommen jetzt hier in meine Verpackungs-Box. Und die lasse ich gleich mal hier stehen, weil die brauche ich ja gleich noch. Dann geht es jetzt mit diesen Boxen weiter. Und die sollen ja dann am Ende so aussehen. Und ich fand das so süß, als mir letztens eine Kundin geschrieben hat, dass sie so, so gerne und mit so einem guten Gefühl bei uns bestellt. Weil sie das Gefühl hat, dass sie so eine kleine Familie unterstützen kann. Und genau so ist es ja auch. In das Paket kommt dann jeweils noch ein Seidenpapier, die Leckerli-Box und eine Dankeskarte. Absender, Empfänger und Frankian. Und so gehen sie dann morgen auf Reise zu euch. Hier zappelt es gerade ein bisschen. Darum werde ich mich mal kümmern. War heute wieder ein super guter Tag mit ihr. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.